Du hast viel Oberweite? Herzlichen Glückwunsch! Viele Frauen beneiden dich. Du hingegen willst wahrscheinlich, dass es etwas kleiner wird. Dann fang ganz einfach drunter an und trage einen perfekt sitzenden BH. Ja, ich weiß, es kann eine Weile dauern, bis du den gefunden hast. Und ich verspreche dir, sobald du ihn hast, du wirst es lieben. Die Besuche lohnt sich. Vermeide definitiv zusätzliches Volumen am Oberkörper. Huffärmel, weite Ärmel, Blousons etc. sind nichts für dich. Verlängere hingegen gerne deine Halslinie, beispielsweise durch V-Ausschnitte oder weite, runde Ausschnitte. Trage dunkle, matte und weich fließende Oberteile. Verzichte auf Drapierungen, Taschen oder ähnliches im Brustbereich, denn auch sie tragen zusätzlich auf. Verlängere deinen Oberkörper, indem du die Vertikale betonst. Zum Beispiel durch längs fallende Schals oder Ketten, Längsnähte oder Längsstreifen. Viel Spaß beim Ausprobieren und denk dran, Schönheit beginnt in deinem Herzen und geht dann von deinem Kopf bis zu deinen Füßen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017